Danke nochmal, dass du dabei warst und hier kommt unser Video. Mein Name ist Teresa und meine Leidenschaft ist das Schauspiel. Live Schöller, wir realisieren Ihre Ideen. Schauen Sie rein unter ibs-schöller.com Hallo, mein Name ist Kerstin Benzer und wir bringen Gold aufs Papier. Stefan Gehring und ich motivieren Menschen beim Sport und im Sport. Let's go! Hi, ich bin Jochen Holwig und als Sparkassler helfe ich Kunden rund ums Thema Finanzen. Ich bin Ela Parteimüller und ich möchte die Unternehmen im Komplex und überall hier in der Region miteinander vernetzen. Hi, ich bin Thelman Weißert. Ich mache Werbefotografie, Industriefotografie und auch Videografie. Mein Name ist Walli Popp. Ich bin freie Künstlerin für Malerei, Collagen und Objekte. Ich bin die Iris und im Bayer-Saktiv-Park kümmern wir uns um eure Kraft und die Gesundheit. Mein Name ist Jochen Nagel und ich unterstütze Menschen bei der Werteinschätzung von Immobilien. Hi, ich bin die Nadine. Ich bin leidenschaftliche Grafikerin und Social-Media-Verliebt und ich liebe es beides zusammenzubringen. Hallo, ich bin der Frank und ich bin im Vorstand vom Diabetesverein. Wir bräuchten dringend eure Spenden. Danke! Mein Name ist Ruta und ich möchte euch auf meinem Blog von vollwertiger und veganer Ernährung begeistern. Mein Name ist Andreas Doth und ihr braucht noch Zeichnungsteile aus Metall, dann seid ihr bei mir richtig. Ich bin Dozia. Ich studiere Online-Marketing und bin nebenbei gerne kreativ. Hallo, mein Name ist Martin Lang und ich bin euer Spezialist, wenn ihr Probleme habt mit Getriebe, Lenkungen und Achsen. Ich bin die Caro, möchte als Sprecherin arbeiten und meine Stimme in euer Ohr befördern. Mein Name ist Arnold Firmke. Modernes Banking per App, Video oder am Telefon. Hashtag positiver Beitrag. Ich bin Doro von Legrio und wir lassen Frauenherzen höher schlagen. Hallo, mein Name ist David. Ich bin Fotograf und Filmer und setze gerne kreative Ideen um. Ich bin die Anja Herzog von der TNC. Ich mache sehr gutes Marketing, kann gut kommunizieren und habe ein richtig großes Netzwerk. Mein Name ist Wolf-Dieter Händel und ich möchte Franken mit den besten Fitnessgeräten der Welt versorgen. Ich bin die Lissi. Und ich bin der Chris und wir verbreiten ganz viel gute Laune und haben immer Blödsinn im Kopf. Ich bin der Stefan Mithack und unterstütze euch in den Themen Health and Fitness. Hi, ich bin Rebecca. Ich studiere für meine Deutschen Pop in Nürnberg und bin gerne hinter der Kamera und am Set. Hallo, ich bin Frank Drechsler. Ich schreibe für die Coverzeitung und wir machen dieses Jahr auch eine Online-Cover. Für Q, Osteopathie, für Groß und Klein. Gezieltes Lösen, so darf es sein. Hey, ich bin Katrin Hilfert und ich begleite dich gerne bei den spannenden Themen Breiflein, Windelflein. Ich bin Antje Langnickel und helfe dir, deine Worte mit starker Stimme zum Ausdruck zu bringen. Moin Michael, der Tesla-Tappen hier von Tappen Consulting mit maximaler Reichweite online. Birgit Bernhardt www.supervision-graz.at Bester Schwarz. Sicherheit und Gesundheit sind meine Themen und dein Mehrwert. Ich bin Kerstin von Blond und bei mir findest du wunderbunte Kindermode. Hi, ich bin der Alban und eventuell kennt ihr meine Stimme ja vom Rund um Nürnberg Podcast. Hallo, ich bin Mariam Jacken und ich bin die Botschafterin für Blemwielhasen. Hallo, mein Name ist Christian Kolb und ich liebe Online-Marketing. Ich bin Frank Lauer, der Osteopath für dein Baby und die ganze Familie. Du findest mich in Schwabach bei Nürnberg. Wir sind die Holzberger ORG und wir erklären es so, dass es jeder versteht. Daniel Amon, Spezialistin Produktentwicklung, Sourcing, Projektmanagement für Bekleidungsindustrie und Designlabels. Ich bin Markus Schülein, Geschäftsführer von Energy Nürnberg und mein Ziel ist dein Erfolg. Franziska Bauer, Werbepsychologie und Online-Marketing. Mein Name ist Uwe Natterer und ich baue therapeutische Schwingtrampoline, Turne bis zur Urne. Hallo, ich bin Gaby Fischer, ich bin Osteopathin für Schwangere, Kinder, Säuglinge und Erwachsene. Felix Onken, ich bin 19 Jahre alt, im Marketing-, E-Commerce- und Eventmanagementbereich tätig. Hallihallo, ich bin Aileen und ich versprühe Energie. Astrid Lehmeyer und das ist Lilly und wir, äh, nee, ich suche gemeinsam mit Unternehmen, Mitarbeitern. Ursula von Clara Clavitta und ich verhelfe Frauen in der zweiten Lebenshälfte auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Servus, ich bin der Laser Hansi und ich gebe allen eine ganz persönliche Note. Hallo, ich bin Kerstin Nussbecher und fotografiere Menschen in Bewegung. Mein Name ist Abdel Rahman-Gaid und ich spiele professionelle Squash in Deutschland. Ich bin Damian Jankowski, arbeite im Marketing und fahre jetzt den Berg hoch. Hi, Norris Kruger, Boise, Idaho. How can I help you to grow great entrepreneurs? Ich bin Isabella Sturm und ich bin Kunsthistorikerin. Hey, ich bin der Pablo, ich schmiere die Wände voll und erkläre den Leuten, warum das eine feine Sache ist. Mein Name ist Saloui und ich verkaufe für Fashionkleidung und Puppeterie auf www.designs.de. Hallo, mein Name ist Stefan Otte und ich will Menschen für Mode begeistern. Mein Name ist Hannah Nicole Mau und ich helfe den Menschen, ihre Talente zu leben. Hallo, ich bin Max von der Borghaut-Erwählungs-Franzellungstechnik. Meine Aufgabe ist, ihre Partie zum Leuchten zu bringen. Hallo, mein Name ist Joshua Schindelmann und ich bin Möglichmacher bei der zweitgrößten Hotelkette der Welt. Mein Name ist Barbara Schulze-Herringen und ich zeige Menschen, wie sie in einen echten Lied gehen. Stefan Frisch, ich zeige den Leuten, wie sie disruptives, abgefahrenes Marketing machen. Mein Name ist Anja Stöttner und als Organisationscoach begleite ich Menschen und Unternehmen durch Veränderungsprozesse. Ich bin Carsten Frederik Buchert, der Marketingleiter der Felix-Border-Stiftung und das ist die App zum Arzt. Hallo, ich bin Dorothea Weiler und sammle versteinertes Holz. Stefan Achstetter und ich investiere mich in die Themen enkeltauglicher Konsum und selbstbestimmtes Arbeiten. Andreas Wünsche, Wünschedesign, zertifizierter Usability-Consultant mit Umsetzungskompetenz. Hi, ich bin der Lukas, ich bin dein Spezialist für Luft- und Raumreinigung. Mein Name ist Armin Ofen und wir helfen den Menschen bei Fragen rund um die Immobilie mit unseren Konzepten weiter. Ich bin der Pop und mein Bengelschiefer. Ich bin der Elias vom Franken-Express. Die Disposition. Ich heiße Robert Muttendorf und vertreibe maßgeschneiderte LKW-Aufbauten an die öffentliche Hand. Marco Hoffmann, Immobilien- und Finanzzentrum. Unabhängig, alles aus einer Hand. Ich bin Goldi, Yoga-Lehrerin im Yoga-Studio Mazzentra in Fürth. Hi, ich bin Andreas Küker und wir bauen hier mit LoRaWAN gerade ein mega spannendes Sensornetzwerk auf. Bei Interesse melde dich. Hi, ich bin Sarah. Du hast eine Idee? Ich sorge für die passende visuelle Umsetzung. Hallo, ich bin Max Settenthaler und liebe es als Moderator Menschen zu unterhalten. Sebastian Goldner von Sales Instruments. Statt Blackbox-Vertrieb 100% Transparenz. Mein Name ist Felix Schwarz. Ich treibe die digitale Transformation des Vertriebs bei Haze voran. Hallo, ich bin Elke und ich bin die Gründerin von www.virtuellerhaut.de. Prof. Dr. Manuela Weller und ich versuche bei Menschen den Unternehmergeist zu wecken. Mein Name ist Dennis Held und ich arbeite beim ADAC Notbayern in der Abteilung Presse und Kommunikation. Servus, ich bin der Fritz und ich betreibe bei Facebook die Seite Milchdankstellen und Direktvermarkter in Franken. Ich bin Reimer Prath und bin Verkäufer bei Bubenkönig. Mein Name ist Nikolai Schwinn und ich helfe Menschen bei allen Fragen rund ums Thema Finanzen. Hallo, ich bin die Anna von Laufen mal auf Nürnberg und wir machen schwanger und machen uns wieder fit. Hallo, liebe Netzwerke. Mein Name ist Reinhard Huber. Ich bin Kieferorthopädisch tätig. Mein Name ist Tim aka I Run Herrenberg und ich helfe den Menschen fitter und fröhlicher durchs Leben zu gehen. Ich bin der Felix und ich helfe selbstständig dabei, neue Ideen zu entdecken und sie für sich zu nutzen. Glück kann man nicht kaufen, Eis jedoch schon. Das ist fast das gleiche. Ich bin der Läusel von Läusels Eiscafé. Mir sind Bieber und ich habe die Lizenz zum Beraten und Verkaufen. Das sind Tim und Dominik von Oxygen Pictures und Vietlands cinematische Werbe-Reviews. Ich bin André Huber, der Brain Man und ich zeige euch, wie ihr euch alles merken könnt. Es ist doch unglaublich, was man gemeinsam erreichen kann, oder? Vielen Dank, dass du dabei warst und ich sage dir eins, das Handy ist überhaupt die Marketingwaffe schlecht weg. Und deshalb, nimm das Ding, film deine 5 Sekunden, wenn du in diesem Video noch nicht dabei warst. Ich sammle weiter 5 Sekunden Clips, aber es müssen wirklich nur 5 Sekunden sein. In 5 Sekunden, das kostet auch viel Zeit zum Nachdenken, wie kannst du das komprimieren, was du magst. Also, denk darüber nach, komprimiert es runter und schick mir deine 5 Sekunden. Und in der nächsten Folge, Netzwerkvideo, brauche ich dein Video. Und ich freue mich wahnsinnig über die tollen Leute, die in diesem Video dabei waren. Vielen Dank nochmal an alle. Und wow, ich wünsche euch frohes Netzwerken. Markiert euch überall hier, egal auf welchem Kanal ihr dieses Video jetzt findet. Setzt einen Kommentar drunter, setzt eure Website drunter, wie ich euch erreichen kann. Wir sollten uns aktiv vernetzen, denn gemeinsam können wir mehr schaffen. Und da gehört einfach auch dazu, dass ihr euer Handy für das verwendet, wofür es geschaffen ist, dieses Smartphone. Nämlich zum Kommunizieren, zum Kooperieren, zum Kreativsein und vielleicht auch zum kunstvoll umgehen. Also, viel Spaß beim Machen. Servus!